weil ich einfach keinen bock hatte auf fortnite zu spielen aber ich zeige euch eben kurz was ich hab mir den wick in holo geholt ihr seht warte ich kann euch das jetzt noch mal zeigen einfach alle wick varianten hier gold silber toxic barb einfach alles geholt auch hier gugimon werde ich wahrscheinlich auch noch freischalten weil die season geht ungefähr noch fünf tage samstag ist das live event dann noch drei samstag schon der 3.12 ich weiß gar nicht lass mal gucken das steht auf jeden fall noch drei tage und am 14 ist neu ziehen ja schon wir gucken jetzt gerade einmal kurz in shop ich habe hier aber nicht so wortwörtlich ich weiß nicht was das gehe ich die abariten leute ich will mal halt sowas hier in der art und blöd warten kurz Das ist gut. Dude, what is this? You can't have a fishie! Why do you have a fishie? He has four fishies! Bring them back to the ocean. What the heck? To the ocean! Fred! Thomas! Douglas! Georgina! Who's going for the supply drop? And he gets sniped too! Oh my gosh! I got that as bait! Let me get an opponent who just opened a supply drop during Season 3. There you go. There's three sniper shots in a row. Oh yeah, the chug jug. Let's go ahead and grab the chug jug. There you go. Hey, Leute. Ja, ne. Egal. Auf jeden Fall. Wir hätten hier richtig gerne Ghost Rider eigentlich geholt. Aber ist egal. Wir machen heute einfach paar Challenges. Einfach ein paar Challenges. Und die erste Challenge, die ich machen möchte ist die Season 1 Battle Pass Challenge. Wir werden es jetzt so machen. Ich hab hier ein paar Zehn 1 Skins rausgesucht. Der wird raus. Der wird gut, äh... Der wird grün, der wird... Der wird blau. Äh... Warte, wen hat einen gewöhnt? Bitte was. Äh... Warte, 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 warte. Der ist nieder. Ne, oder? Äh... Der ist nieder. Und der ist gold. Fission ist gold. So, jetzt machen wir einen kurzen Haken. Wir haben gereckt. Fission heißt, wir dürfen nur goldene Waffen in die Wolfen nehmen. Schade, Mann. Aber egal. Schaffen wir schon irgendwie. Schaffen wir schon irgendwie. Weil, es wird halt schwierig mit Fission... Nur goldene Waffen zu nehmen. Ähm... Ja... Warum ruf mich? Ich hab dich gar nicht angerufen. Hä? Ich hab dich gar nicht angerufen. Guck mal. Nein. Doch, guck mal. Einmal ruf. Das war gestern. Dann. Hä? Ich hab dich nicht gerufen. Ah, egal. Ja, ich leg jetzt auf. Ich will... Ich spiel gerade Fortnite. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall... Äh... Jetzt gleich sofort in 5 Minuten los. Ich bin gehypt, weil... Ich möchte halt so hart... Jetzt mit dem Challenge durchziehen. Es wird in 5 Stunden Leistung. Los, die jetzt hier sind. Ich kann das noch mal benutzen. Ich kann das noch mal benutzen. Also, auf jeden Fall, wir dürfen jetzt nur, ähm, keine Waffen nehmen, ich lande direkt Boni. Schreibt mal anderen Challenges in den Kommentaren in Fortnite. Ich glaube nicht, ich habe immer noch bessere Snipe in einem Spiel. Ich denke, das ist das Spiel, ich habe meine besten Snipe ever gemacht und ich habe es für die Fische. Krack'em! Niemand erwartet einen Snipe, während jemanden ist. Das Ding ist halt, ich brauche halt noch ein Snipe. Niemand erwartet einen Snipe, aber ich habe nur eine Waffe. Die Fisur ist halt Gold, aber ich habe keine Waffe. Ok, dann müssen wir jetzt halt so, oh man ja, okay. Sniper, aber die ist halt auch nicht nie leicht vorhanden. Oder wie einer mich lasert. Warte mal kurz, Leute. Und kurz mehr zu uns. Das geht jetzt nicht gut für mich. Muskelkater. Alter, was Muskelkater? Hä? Geh da rein. Ja, Muskel. Er kassiert Schaden. Er kassiert Schaden. Er kassiert einfach Schaden. Slow, slow. Oh mein Gott. Palt aber auch unnormal Schaden. Kind of mad. Das ist Hey Bruder, da fehlt halt noch ein Bohnen, Mann. Äh, wo gehen wir jetzt am besten hin? Ah, da ist der Slurp Trotty. Er schießt einen auf mich und ich hab Tidalon nicht zu... Oh mein, viele Mets. Okay, warte, ich mach das so. Wenn der rauskommt. Hä? Warum kassier ich dadurch schon? Ich wollte nur, dass der Gegner... Oh, Junge, ich hab mich dadurch selber machen. Der ist grün. Leute, weißt du was? Wir spielen einfach normal, Leute. Wir spielen einfach ein paar Runden normal. Wir spielen jetzt einfach mit... Ich weiß halt nicht, wen wir spielen können. Wir spielen einfach mal mit... Wollen wir mit Rick oder... Ich bin hier aber... Warte mal, der da... Ich möchte das nicht, dass er seine... Hey, er hat seine Spitzhack einfach an zwei Händen. Das ist lahm. Dann nehmen wir Rick. Leute, aber ein Holo-Variante. Ein Holo-Variante ist so nice. Oh, unnummern. Unnummern, Leute. Ich glaube, er spielt auch viel länger als ich. Von der Team One spielt er, glaube ich. Der ist die Kugel. Die Kugel. Die Kugel. Der ist in die Kugel. Das ist egal wie diese Kugel gefunden haben. Heute ist es. Das ist in die Kugel. Ich habe jetzt ein Kugel. Er ist in die Kugel. Wir haben einen Kugel. Ihr habt ein Kugel. Ihr habt keine HP. Wir haben noch mit der Kugel. Das war's. Das war's für dich, Freunde. Oh, da ist er Leute! Hier ist der Tresor! Ich versuche es aufzuschießen! Ich trenne das Lama nicht, Digga! Oh nein! Jetzt habe ich mich selbst in die Luft gejagt! Digga, was ist denn hier los? Ich sehe nichts! Ich sehe gar nicht mehr durch hier, Digga! Ich sehe nichts mehr, Digga! Ich glaube, alles ist in den dichten Nebel gehüllt! Alter, Bruder, du hast recht! Ich habe einfach die eigene Granate nicht mehr gesehen! Oh, ich habe eine Idee! Trink mal ein Hive Energy! Was denkst du? Dann läuft wieder besser! Dann läuft wieder richtig gut! Ich habe jetzt voll Fokus und so gleich! Standard geht Win-N-Skin-Challenge! Ja, Leute, wir machen nicht mehr Win! Wir machen nicht mehr Win-N-Skin-Challenge! Ich werde Ihnen den hettesten Headshot aller Zeiten geben! Und ich schau nicht, wie der Spitzakt kommt! Es ist keine Waffe, Leute! Spitzakt ist Spitzakt! ... ... ... ... ... ... ...